Erstellen, kommunizieren, freigeben. Egal für wen oder an welchem Ort. Verleihe Ihnen die Flügel. Jetzt neu Microsoft Office für Mac. Home & Student 2011. Für hohe optische Wirkung und Zusammenarbeit mit anderen am selben Dokument. Völlig unabhängig vom Ort. Schnelle Formatierung Unterstellung übersichtlicher Budgets Bearbeitung von Fotos direkt in der Präsentation Schnelles Verschieben von Fotos und Ebenen mit Grafik und Text, um in kürzester Zeit attraktive Präsentationen zu erstellen. Verleihen Sie Ihren Ideen Flügel mit Office für Mac Home & Student 2011 Noch heute kaufen!